Deine Mutter raspelt Kokosnüsse für Bounty. Deine Mutter bestellt Pizza bei Ebay. Deine Mutter sitzt bei Lidl unter der Kasse und macht Piep. Deine Mutter arbeitet bei Cobra 11 als Unfall. Deine Mutter hält bei GTA an den roten Ampeln. Deine Mutter hält sich an irgendwas, aber die hält an den roten Ampeln. Geile Sache. Geile Sache.